Ein bisschen. Minimal. Was machst du da? Nimmst du grad die, die Munition regeneriert? Jo. Das bringt auch sehr viel, da du den zweiten Schützeklass noch drin hast. Ja, ich mach ein Magazin leer, ne? Dann ist das andere wieder aufgefüllt. Ja, dann mach doch den anderen Mod jetzt. Oh, rein. Den Anführer. Er macht ne Kiste auf. Verkauf ich. Machst du gar nicht. Natürlich. Ne. Ist mein Lieblingswaffe eigentlich abgeblieben. Ich weiß nicht, welche deine Lieblingswaffe ist. Ja, das ist so. Welche ist denn das? Schrot. Jo, das isste. Wurde rüber, dann kommst du wie ein Vollidiot. Jo. Die ich bei diesen Kämpfen auch hatte in der Arena. Anderen Deal ziehen noch. In der Kämpfe? Jo. Ich schaust du eh nicht. Wow. Ahaha, Skill. Lack, Alter. Niemals. Ich hab so wenig Geld, ich muss verkaufen. Ich kann mir alles leisten. So gar nicht. Kauf dir mal was. Wieso? Mach mal. Es warten aufregende Möglichkeiten weiter zu Phase 2. Unsere Aufklärung meldet, dass der Feind eine Fabrik in der Nähe genutzt, um eigene Claps traps zu bauen und auszulässern. Kühlpumpen zu stellen. Hallo! Seine Schäferin bringen, dass wir die Kunker verschießen. Dann hat Vagov genau das Richtige für sie. So. Verkaufer. Das sind immer durchgefettet, Schweine, Alter. Was wisst du denn von ihm? Lass ihn doch in Ruhe. Markus ist cool. Woll sein Geld. Hey, hier scheinen neue Missionen zur Verfügung zu stehen. Am schwarzen Brett hier. Klacktreppe getötet. Das machen wir. Erstes ein Bier. Wir machen erstes hier. Wir müssen Müll holen und den auf der Rampe platzieren. Haha. Okay. Müll. Wo ist der Müll? Machen wir hier Hausmannsarbeiten oder was? Ja. Oh, da sitzt er noch auf dem Klo. Haha. Wo? Hier. Da ist der Müll, ja? Ja, neben ihm ist der Müll. Zeig mal, wo ist der noch auf dem Klo? Hier. Hey, hast Du gehört, wann das Wasser wieder angestellt wird? Oh Mann. Er wartet jetzt, bis das Wasser wieder an ist, ja? Ja. So lange sitzt auf seinen Haufen. Wo ist jetzt die Rampe? Ich will die Rampe auch. Keine Ahnung, wo hier ist. Ah, hier unten? Ne, hier ist nur ein Leimer. Wir müssen die Rampe finden. Ich seh keine Rampen. Muss doch irgendwas sein. Geh mal hier hoch. Das ist vielleicht, wo ich draufstehe. Sieht aus wie eine Rampe. Komm mal zu dir. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen da runter, wo du draufstehst. Da ist es. Müll platziert. Hey, mein Müll. Okay, das war jetzt eine Aufgabe. Okay, wir müssen wieder dort hin, wo wir kamen. Wenn wir Klacktrap killen wollen. Oh nö, nicht in die Höhle. Nicht hin? Ich will Klacktrap sehen. Komm, wir machen das. Wir gehen und suchen Klacktrap. Ehrlich heute so voll Bock eine zu rauchen, Alter. Nein. Doch. Nein. Doch. Mach doch mal kurz Pause. Geht nicht. Doch. Nein. Indem du F9 drückst. Stimmt nicht. Ich hab's umge... Ich hab's umgeändert. Weißt du gar nicht. Doch. Du weißt gar nicht, wie das geht. Nein. Steht doch nur ein dicker Button. Nein. Das ist doch nicht. Oder ist auch nur ein dicker Button da, wo du, oder, oder. Oder raufrücken auch was. Ne. Geld. Hey, Paul. Wir ändern sich hinten trotzdem noch die Zahlen. Die drehen sich. Ja, die letzte neun dreht sich immer noch. Leute. So, ist noch mal kurz Pause. Wir bleiben hier stehen. Dann geht fix einer rauchen. Ja, hier, Tobi, jetzt rauchen wir, denn bis später, Leute. So, Tobi ist wieder da. Er hat gesuchtet und es geht weiter. Wir vernichten Klacktrap. Klacktrap. Wir eliminieren ihn. Er wird terminiert. Er wird... Ach, weiß was ich. Er wird niedergemetzelt. Das ist das Letzte. Wieso kann man uns so eine Mission nicht schon früher geben, dass wir gleich alt auf eine machen können? Echt mal. Oh, das ist Borderlands. Nu verglitscht alles. Was? Alles verglitscht. Ja, manchmal. Ich lauf einfach mal hier lang. Wo bist du hin? Ha, ha, ha. Versteckt. Hast du mich erfunden? Nein. Cool. Ich lauf ganz anders. Egal. Bist einer von uns abkackt und dann... ...ja, ne, das anderen spawnt oder so. Ich glaub, du läufst über mir oder so. Warte jetzt lang. Kann das sein? Ich glaub, du bist über mir. Ja. Alter, vielleicht der mich zurückgepuckt hat. Alter, scheiße, wo ist das hier hin? Ich glaub, ich komm so dort nicht hin, wo ich hin will. Hier ist kein Gegner, wo ich lang lade. Gerade. Ich glaub, die ekligen... ...trepplarven wieder. Und ich hab mich wieder verlaufen. Scheiße. Aber ich krieg Punkte. Arsch. Ich weiss nicht, wo es lang geht. Und hier ist kein Gegner. Wow, 76 XP. Wirklich. Ich hab drei Kleptas getötet. Und ich bin hier immer noch, wo kein Gegner ist, aber... ...dafür verwirrend. Okay. Hm? Was denn? Ich glaub, ich lauf hier im Kreis oder so. Ich bin jetzt da, wo das Fragezeichen ist. Hm. Ich noch was. Oh, eine Küste. Scheiße, ich bin hier total falsch. Ich bin beim Kraftwerk. Aha. Wart mal nicht zu Klacktrap gehen. Ich such dich mal. Ne? Ja, ich bin wohl richtig gelaufen. Wer hat jetzt keine Orientierung, hä? Das ist doch scheiße. Das Ding hier ist doch irgendwie zufällig oder so. Keine Ahnung. Ich glaub, ich bin gleich bei Klacktrap. Ja, warte, Mann. Das ist kacke. Sonst gehst du dir alleine. Bleib stehen. Ich will Klacktrap aufsehen. Toll. Kann ziehen. Toll. Da ist Klacktrap. Toll und ich kann hier nicht killen, weil ich hier nie wieder rausfinden werde. Toll. Der war schlecht da unten, oder? Na gut, dann suche ich schon mal rosa Slips. Upa Loopa, er hält rosa Slips. Ja, Mann, von dem Klacktrap. Was gibt der dir? ja viel spaß ich glaube zum ausgang richtig finde macht es mal ja mach ich hier gibt es nicht mehr was tolles doch da oben ist eine kiste eine waffenkiste wo ich nicht hinkommen aber noch nicht rausgehen ich will die haben ich muss erst mal die ausgang wieder finden ich glaube hier bin ich gekommen ah nein ich bin wieder runtergerutscht ich laufe diesen schönen grünen lichter hinterher nein ich sehe den ausgang warte ich will noch die kiste haben kommst du eh nicht ran doch nein ich verkaufe kommst du ran oder nicht ich hoffe es ich rutsche mal runter von dem stein ja dann gehe ich jetzt wieder heute das war eine rote kiste ja und die brüder nicht doch ich frage mich ob das duell auch zu viert geht halt dann bestimmt muss ja sicher ich glaube da können wir nur zwei dünnen sein oder ein duell sonst würde es ja nicht duell heißen da hinten ist nichts habe ich schon durchgeguckt toll ich habe zwei mali waren eine peren und eine dal waffe gerade ausgerüstet ich habe vier verschiedene ja zwei t die ohre habe ich t die ohre klacktrap ich liefere ich gebe das mal ab so auch